hallo leute es ist ihr hier und willkommen zurück zur nächsten folge wir machen genau da weiter wo wir das letzte mal aufgehört haben weil ja wird das hier eigentlich wir werden mal sehen ob das dahinten alles sind kommt hier mit dem band extra produkte ja das wollen wir ja da sieht man das ja da kommt dann das extra produkt na okay ja das macht sich dann wahrscheinlich erst auf dauer bemerkbar okay das ist gut jetzt muss ich nur noch das ding hier splitten hatte mal ach ja stimmt da können wir es ja auch oder aber mal das geht doch bestimmt anders hier weil ja dann machen wir das so ach so ja dann kann das wieder nicht wahr nee das muss so so ähm den oberen bitte okay 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 gut haben wir dann werden wir sehen wir weiter damit kommen so jetzt müssen wir das zu einem forschungslabor bringen mit dem wasserstoff bitte mal und und Wo will ich das eigentlich machen? Ich könnte das ja auch... Naja, ich wollte das ja eigentlich alles erweiterbar machen, ne? Ich müsste es irgendwo hier hinten machen, irgendwie. Ah, ich könnte es auch hier machen. So. Okay, wir haben das da. Und das kommt ja schon verbessert, richtig? Ach, das ist ja noch gar nicht fertig gebaut, Mensch. Ja gut, jetzt kommt es noch nicht, weil es noch nicht verbessert hergestellt wurde, ne? Ach so, ne. Das hier ist noch gar nicht. Das, was rein geht, ist. Man sieht es gar nicht, aber ist. Das heißt, das muss ich beim Eingang noch machen von dem Forschungslabor. Kann ich ja direkt zweimal machen, weil muss ja zweimal ran. Pass auf, passt das hier irgendwie mit rein? Oder mal, ich hätte das sonst vielleicht hier hergestellt. So. Und du sollst rote herstellen. So, dann machen wir ja auch eine Kiste ran. So, wie viel brauchst du von was? Jeweils zwei. Das heißt, ich würde das Zeug vielleicht hier anliefern und das andere vielleicht hier. Ach guck mal, da macht der hier relativ Sinn, wollte ich sagen. Pass mal auf, wir machen einen. So. Weiß nicht, ob der andere so geht, dass das beides daneben passt. Oh, sieht so aus. Ja. Oh ja, das ist gut. Dann kann ich den nämlich hier einfach rumlegen. Mal, wir nehmen mal den hier. So, dann kann hier auch stromen. So, dann kommt der hier. Zu dicht dran, oder was? So. Und dann... Warte mal, warte mal, warte mal. Aber das geht so nicht, ne? Oh. Geht das? Also verbunden ist es. Aber jetzt kriege ich hier die Dinger nicht rein, ne? Aber ich... Warte mal, kriege ich... So, ich komme ja hier drüber weg. Was meckert er da rum? Was ist da im Weg? Ach so, das Ding dann da... Warte mal, ich hole das hier raus. Und zieh das so lang. Das passt da nicht hin, oder? Warte mal. Nee. Ist eins zu knapp wahrscheinlich. Oder habe ich das gerade eben schon so gehabt? Ja. Ach so, aber das müsste andersrum, ne? Das müsste... So rum. Zack. Und dann müsste das... Nach da drüben. Mein Gott, kompliziert. So. Dann brauche ich... Das hier jetzt nur noch... Ah nein, das ist jetzt, weil es hier genau auf der Kante steht, oder? Oh, es geht nicht. Kriege ich das von hier verbunden? Auch nicht. Und von hier? Ist das jetzt nicht dein Ernst-Spiel? Ah. Ah, ich raste aus. Und das war so eine schöne Idee, dachte ich. Und da unten will er ran, ja? Warte mal. Oh, da wirklich mit so einem Winkel. Ist das dein Ernst-Spiel? Okay, aber es geht. Es geht. Ähm. Ach so, aber das wird jetzt ein Problem, ne? Mal an, kriege ich das hier? Ne, das muss anders. Warte mal. Das muss hier oben schon. Ja, guck mal, dann kommt das nämlich so. Dann können wir das hier ranlegen. Guck mal, das ist vielleicht sowieso besser in allen Belangen. Dann kommt das hier rüber. Oh, 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 oh. Dann könnte das andere nämlich hier mit hin auch. Man muss das hier hin, dass ich hier hochkomme? Ja. Oh ja, das ist perfekt. Moment. Das ist richtig, richtig gut. So, Moment. Oh, das ist, das ist doch was. Ähm, ne. Okay, so werdet nicht gedacht. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So. Okay, die sind nicht besprüht, weil das war noch nicht aktiv. Puh. So, pass auf, dann ziehe ich das jetzt schon mal hier mit rüber. Und zwar, ja, hier lang. Okay, da muss noch einen weiter. Was ist da jetzt los? Achso, das ist da die gleiche Höhe, Mensch. Ähm. Ja, pass auf, dann. Gehst du halt runter. So. Und. Dann hier lang. Okay, ganz schöne Spaghetti wieder, aber ist okay. Vor allem ist das da mit dran, das ist fantastisch. Bei dem blauen haben wir es auch dran, das ist auch gut. Hier haben wir das auch. Wahnsinn. So, dann fehlt mir ja nur noch das Zeug hier. Und das heißt eigentlich, das Band ist falsch rum, hä? Kriege ich jetzt das ganze Band umgedreht? Oh. Sehr gut. Hier runter auch noch? Ich. Sieht so aus, ja. So, den drehen wir wieder um. Und den wollen wir noch da drüben haben. So. Okay, hier kommen auch die schnellere, ne? Ja. Okay. So, hier kommen die drei. Verbessert. Ja. Verbessert. Ja. Er merkt, der hier ist verbessert. Jetzt ist hier nur noch die Frage, was heißt denn das in dem Fall? Okay. Okay. Einfach nur schneller? Oder gibts da auch mehr von? Okay. Läuft keinen Balken mit. Ah. Guck mal, was ich jetzt auch andersrum machen könnte. Von hier. Da. Ach, wer? Es ist okay, so. Oh, guck mal hier. Das ist aber nicht viel rotes, was hier ankommt, hä? Ah, er hat übrigens 30% Energiesteigerung. Ja, okay. Okay. Okay, das geht so nicht. Okay, da ist der zweite jetzt an. Guck mal, hier ist ein vierter mit rausgekommen. Sehr schön. Okay, es wird mehr, das ist gut. Forschung läuft. Ich frage mich grad. Extra Hashes. Ja, ja, okay. Ich sehe zwar nicht, wo ich das einstelle, aber... Ach doch, hier ist es doch. Da unten steht es doch. Proliferator plus 12,5%. Ja, okay, cool. Reicht das, wenn das ein Produkt ist? Warte mal. Wir können ja, können wir den abschalten? Spray Coater. Naja, jetzt habe ich es rausgeschmissen, wollte ich nicht. Ähm. Black of Matrix. Ah, ähm. Stimmt, die roten schaffe ich es ja noch nicht mal hier das voll zu machen, ne? Die Frage ist, reicht es zum Beispiel, wenn nur die blauen, ähm, das Zeug haben, dann? Das heißt, warte mal, wir können ja mal abschalten, wäre irgendwie ganz cool. So, wir wollen mal weggruppen. So, die kommen jetzt alle ohne an. 12,5%. Er hat hier noch welche mit. Ah, nee, ist weg. Es müssen alle Produkte haben. Okay. Wissen aber Bescheid. So, aber man kriegt das Zeug jetzt hier rein. Ja, perfekt. Steht jetzt hier 142, hatte ich hier nicht was mit die 130 gehabt? Naja. So, jetzt müsste das ja wieder, genau, okay. Okay. Also, es müssen alle sein, okay. Haben wir uns aber gedacht. Okay, dann fehlt Glas und dann gucken wir mal, ist es noch eine rote Matrix. Achso, warte mal. Packen wir hier rein, damit die besprüht wird. Ja, zu hoch. Dann machen wir das hier hin. Ah nein. Natürlich total ungünstig gebaut. So. Und wir brauchen noch Strom. Dann muss das Ding eigentlich weg hier. Und die müssen wir hier noch rausschmeißen. Okay. Perfekt. Oh Mann. Oh Mann. Was ist hier jetzt das Problem? Achso. Ha. Das Zeug ist weg, weil das jetzt hier blockiert, ne? Stimmt, das muss ich ja jetzt irgendwie verwerten. Wie wärs denn mit Strom? Im Sinne von. Dem hier. Ähm. Und das die beiden richtigen. Ne, na. Machen das mal so. Ja. Der kann weg. So. Und dann ist noch die Frage, bringt das was mit dem Proliferator? Ja, guck mal. Sogar das da. Wovor brennt er? Okay. Sieht nicht so aus. Dann kann ich's mir nämlich sparen. Moment mal. Das muss schon passen, so. Okay, es kommt durchgereicht, sehr schön. Oha. Oha. Okay. Ein GigaJoule wär das nächste. Okay. Okay. haben wir ja noch ein paar davon oder oder da oben ja genug ja das haben wir auch noch was ist hier jetzt? ach doch jetzt führt er nach ok denn ansonsten na nu wieso ist das jetzt so? ist das grid wieder ein anderes? na muss wohl soll ich zufällig noch sprit hier einstecken? mal sogar platzwahnsinn hier geht das wieder ok ok wir haben da ganz schön große kapazität jetzt das ist gut das ist richtig richtig gut so das verbrennt jetzt alles was ja an überschuss kommt dadurch läuft die forschung wieder und wir produzieren viel zu wenig rote 11,3 pro minute ja 0 pro minute wäre nix 22 pro minute ja das heißt wir bräuchten schon mindestens doppelt so viel ja er meint das in summe ne ob ich jetzt den einzelnen anklicke hier drüben sind 11,3 oder den sind auch 11,3 also vier sind die hälfte das heißt ich bräuchte locker nochmal so ein turm irgendwo hier drüben irgendwie ja könnte ich auch machen aber das heißt ähm bräuchte nochmal fünf von den dinger an vierteilt glas für das haben wir ja nicht ja das ist ja jetzt auch schon eine ganz schöne produktionsstätte geworden dann holen wir uns mal ein bisschen glas ok kein glas vorrätig doch jetzt haben wir gesagt fünf achso hier da ok los achievement 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 jawohl sehr schön achievement wir haben es oh nur nochmal hier perfekt so und den ah ich sehe nichts warte mal mal kurz überlegen ob das reicht hoffentlich hoffentlich ansonsten könnten wir ja auch ein kohle na er ist jetzt friemelig ja wo ist denn die kohle jetzt sind hier ist er nicht den könnten wir noch hier drüben einladen und dafür den kohle hier hey wir haben es geschafft so und dann muss achso warte mal wenn ich alles in die kiste packen will mache ich es falsch dann müsste ich eigentlich so machen und dann habe ich das problem ich kriege das ja nicht mehr rüber so dann machen wir das mal so würde ich sagen und dann das so dann landet zumindest schon mal alles in der kiste so wieso ist denn das hier nicht achso weil ich jetzt Pant reingeschmissen habe ne jetzt und wenn er fertig ist ja perfekt er sagt immer noch 11,3 pro minute das kann ja schon nicht mehr hinkommen ha ha ok das fängt hier drüben jetzt an das ist gut extra produkt super 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 geil achso ich habe ja 5 cores noch drin die können natürlich jetzt in die kiste und dann ist auch garantiert dass die hier durchgehen ja dann werden wir ja sehen ob die roten jetzt so schnell produziert werden dass wir noch mehr von denen hier brauchen ok leute ich würde sagen das sieht doch auch mal nach einem guten bild aus wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein abo und da nach oben da ansonsten würde ich sagen schaltet gerne wieder ein lasst es euch gut gehen haltet die roten steif tschüss nach ko n n die hier und da